Wie ist die Stimmung so kurz vor dem großen Auftritt? Unglaublich. Was fühlst du in diesem Moment? Wir freuen uns. Juhu, tschüss. Und rein, schon fühlst du heute. Und das sofort nach dem Aufstehen. Es geht in dem Video um prinzipiell den Zweikampf zweier Männer unterschiedlicher Herkunft, also aus unterschiedlichen Klassen, um eine Frau, die sie beide begehren. Wie fühlst du in diesem Moment? Uh, just like a rockstar. Und damit die Wahlen nicht hungrig werden, haben wir auch die Uli mitgebracht. Sicher? Ja. Das Leben ist Matratze. Ja. Mein Baby. Ja. 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 Die TV. Genau da. Dominik. Guten Morgen! Und bitte. Jetzt ganz kurz nach dem ersten Auftritt. Wie war's? So, fahre ich gleich mal wieder rauf. Okay. Was fühlt es ein, wenn ich da sitze? Okay, danke. Super. Herr Brunner, bitte einen kurzen Kommentar zum heutigen Tätag. Schlürfrig. Die Polizei ist leicht nervös. Wie war das Verkehrsaufkommen? Sehr stark, sehr stark. Pfff! 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 Wir spielen in Vienna mit den Palatins. In welcher Ort? Steine. Steine. Steine wie? Maybe we'll see you again. Yeah, come. It'll be good. We'll make it worldwide for you. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Super, meine Herren. Vielen Dank. Deine Namen weiß ich. Klimmstein, du hast nochmal... Markus Bieder. Markus Bieder. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Danke fürs Kommen. Pfff! Scherelle, lady. Nananananananana. Nananananana. Nananananana. Nanananana. Old Lennert! Pff! 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 Halt! Pff! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020